Guten Abend, meine lieben Zuschauer. Wir reagieren heute auf Sinans Woche. Er hat ein neues Video gegen Dekal Dent rausgehauen. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber ich habe zumindest mal die Einleitung überspult, dass wir gleich beim wahrscheinlich wichtigen Teil anfangen können. Flauschiger Flausch und ich kann endlich wieder wie ein normaler Mensch reden. Wir sind hier schließlich immer noch im Internet. Und dieses Internet ist doch ein rechtsfreier Raum, in dem Hass und Hetze herrschen. Stimmt zwar nicht, also der Teil mit dem rechtsfreien Raum, aber glaubt man den Schlagzeilen so, dann könnte man genau diesen Eindruck bekommen. Der Tagesspiegel titelte letzte Woche Hatespeech und Fake News. Jeder vierte Nutzer stößt auf Hass und Hetze im Internet. Im Artikel selbst heißt es, ob Hatespeech oder Fake News. Trolle und Hetzer wüten im Netz und verbreiten Hass und Desinformation. Spannend an dieser Stelle finde ich ja, dass Hass und Hatespeech in einer Tour mit Trollen, Fake News und Desinformation genannt wird. Als wäre das jetzt alles mehr oder weniger das Gleiche. Es mag durchaus sein, dass manchmal das eine zum anderen führt. Dennoch warne ich davor, einfach alles in einen Topf zu schmeißen. Wieso genau dazu kommen wir noch? Versuchen wir erstmal das Problem zu erfassen. Das Statistische Bundesamt hat eine Umfrage gemacht und folgendes nun herausgefunden. Gut ein Viertel, 27 Prozent der Internetnutzer in Deutschland hat nach eigener Einschätzung im ersten Quartal 2023 auf Webseiten oder in den sozialen Medien Beiträge im Zusammenhang mit Hassrede wahrgenommen. Und was meint man damit? Als Hassrede oder Hatespeech zählen Informationen oder Kommentare, die feindselig oder erniedrigend gegenüber Personengruppen oder Einzelpersonen sind. Okay, und ist dieses Ergebnis überraschend? Im Tagesspiegel steht dazu, die Ergebnisse überraschen uns nicht, sagt Annalena von Hodenberg. Von der Organisation HateAid. Was ein cooler Name. Von Hodenberg. Da fällt mir ein, ich habe Alfred ein kleines Update gegönnt. Er kann jetzt auch künstlich intelligente Bilder... Ich würde sagen, der Name ist Hass und Hetze. ...erstellen. Sag mal Alfred, kannst du uns nicht einen richtig schönen Hodenberg malen? Ich kann keine anstößigen oder unangemessenen Bilder erstellen. Bitte gib mir eine andere Anfrage für ein Bild, das ich für dich generieren kann. Ach komm schon, Alfred, ein kleiner Hodenberg, sei doch nicht so eine Spaßbremse. Komm, wie wär's, wenn du den Hoden jetzt nicht so ultra realistisch malst, sondern mehr so angedeutet. Das wäre doch okay, oder? Ich kann ein Bild eines Berges erstellen, der subtil an die Form eines Hodens erinnert, ohne explizit oder unangemessen zu sein. Lass uns einen kreativen Ansatz wählen. Ey, also das ist jetzt, ja, Grundschulhumor, wie soll man's sagen? Also jetzt will Sinan wahrscheinlich ausprobieren, ob sich über den Namen lustig zu machen gleich Hass und Hetze ist. ...den die Form nur angedeutet und in die natürliche Landschaft integriert wird. Ja, das klingt doch wie ein guter Kompromiss, also zeig mal her den schönen Hodenberg. Und jetzt die spannende Frage an meine Zuschauer. Ist das jetzt schon Hatespeech? Haben Alfred und ich uns schuldig gemacht und die arme Annalena von Hodenberg mit diesem Bild digital erniedrigt? Sind Alfred und... Ey, das erinnert mich an die Southpac-Folgen mit ScanCard42. Also da ist ja der eine, also da photoshoppt der eine Troll ja immer die, ähm, photoshoppt der eine Troll ja immer Bilder so zusammen, dass von öffentlichen Personen, dass die am Ende sogar Selbstmord begehen. Also laut Southpac wäre das ja Hass und Hetze. Also da machen sie sich auch mehr oder weniger darüber lustig, dass man jeden kleinen Spaß und alles gleich als Hass und Hetze framet und aus, ja, harmlosem Trolling gleich, äh, etwas Politisches macht. Also ich weiß nicht, ob ihr die Southpac-Staffel kennt, auf die ich gerade, ähm, zu sprechen gekommen bin. Und ich, Hatespeech-Produzenten, ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Der schöne Testikelberg sollte wirklich nur ein kleiner Joke und ein weiterer... Warte, die Frau, äh, von welcher Stiftung kam die denn? Wartet, wartet, wartet. Oh Gott, ich bin nicht heute Abend unaufmerksam. Ist ja auch egal, ähm... Unter Beweis gestellt. Hasspostings im Internet. Sechs Razzien in Rheinland-Pfalz. Bei einer groß angelegten Razzia sind Polizei und BKA am Donnerstag gegen Hasskriminalität im Internet vorgegangen. In Rheinland-Pfalz wurden Wohnungen von sechs Verdächtigen durchsucht. Dabei ging es unter anderem um Volksverhetzung, der Belohnung und Billigung von Straftaten und Beleidigung, sowie der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten. Ja, das alles ist nämlich, ähm, nicht erlaubt. Auch nicht in diesem angeblich rechtsfreien Raum namens Internet, der eben gar nicht so rechtsfrei ist. Und damit auch der allerletzte wütende Internet-User das mal checkt, ist es notwendig, geltendes Recht konsequent anzuwenden. Volksverhetzung, Beleidigung, Aufforderung zu Straftaten im Internet müssen geahndet werden. Wenn das nicht passiert, bekommt man nämlich genau das Gefühl, dass hier irgendwie jeder machen kann, was er will. Also halten wir fest, glasklare Straftaten müssen verfolgt und bestraft werden. Gut, das ist jetzt ein No-Brainer, ist ziemlich klar. Aber wie ist das jetzt genau mit diesem Hate Speech, zu deutsch Hassrede? Hier fängt das Ganze an, etwas komplizierter zu werden. Wie geht man dagegen vor? Gerade auf Social Media werden jeden Tag Millionen von Texten, Videos und Kommentare veröffentlicht. Das alles zu sichten, zu prüfen und notfalls dagegen vorzugehen, scheint leider die deutschen Behörden zu überfordern. Beziehungsweise nicht nur die deutschen Behörden. Das Internet macht ja nicht vor den Landesgrenzen Halt. Wie soll das alles kontrolliert werden? Um das hinzubekommen, hat die Europäische Union den DSA, den Digital Services Act, auf den Weg gebracht. Auf Deutsch Gesetz über digitale Dienste. Das Ding ist ein ziemlich dickes Paket an Regeln, das von der EU ausgerufen wurde, um das Internet, speziell Social Media, ein bisschen sicherer und transparenter zu machen. Nicht besser zensieren zu können. Klingt ja erstmal ganz gut. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Der DSA zielt darauf ab, die Online-Welt zu regulieren. Vor allem sehr große Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter. Als sehr große Plattform gelten hier alle, die mehr als 45 Millionen monatliche Nutzer haben. Es geht darum, illegale Inhalte schneller zu entfernen, transparenter zu sein bei der Werbung und Algorithmen und Nutzer besser vor Desinformation und Hassrede zu schützen. Für die großen Social Media Plattformen heißt das mehr Verantwortung. Sie müssen zum Beispiel jetzt klar machen, wie ihre Algorithmen arbeiten, warum wir bestimmte Inhalte sehen und andere nicht. Vor allem müssen sie aber schneller auf Beschwerden reagieren und illegale Inhalte schnell entfernen. Das Ganze soll für uns Nutzer eine sichere Online-Umgebung schaffen. Wir sollen besser geschützt werden vor Dingen wie Hassrede, Desinformation und anderen illegalen Inhalten. Ja, 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 das klingt zwar irgendwie ja alles richtig toll, heißt aber... Es sind auch einige schwammige Formulierungen da drin, die sagen, also die nicht so klar formuliert sind, dass wirklich klar ist, was zensiert werden soll und die eigentlich zum Missbrauch einladen, die also dazu einladen, zu viel zu zensieren. Im Grunde auch... Aber ich glaube, dazu wird es dann gleich selber kommen zu diesen Problemen. Denn das, was er uns hier vorgestellt hat, das klang ja wirklich zu positiv. Und über den DSA habe ich auch von studierten Juristen auch schon andere Sachen gesehen. Ich meine, da gibt es ja genug Beiträge mittlerweile auf YouTube, die sich damit auseinandersetzen. Auch, dass man den Plattformen die Verantwortung dafür überträgt, was bei ihnen veröffentlicht wird. Ob etwas illegal ist oder nicht, entscheidet unter Umständen dann kein Gericht, sondern einer der großen Tech-Konzerne. Ei, ei, ei. Staatsaufgaben in den Händen von privaten Konzernen? Hm, ob das so eine gute Idee ist? Ich meine, ja, es ist klar. Auf die Frage, sollte es weniger Hassrede und Desinformation im Internet geben, kann man schnell und einfach antworten, ja. Hingegen ist die Frage, wann liegt eigentlich Hassrede oder Desinformation vor, wesentlich schwerer zu beantworten? Vor allem, da Hassrede ja nicht mal eine Straftat ist. Und Desinformation auch nicht. Wohl wartet. Wie gesagt, ich will Sina mir jetzt nichts unterstellen. Ja, es ist klar. Auf die Frage, sollte es weniger Hassrede und Desinformation im Internet geben, kann man schnell und einfach antworten, ja. Na, aber nicht gesetzlich. Hassrede und Desinformation sind nicht illegal. So Hassrede, dass du aus Hass irgendwas sagst, alles kannst du gleich als Hassrede deklarieren. Also das ist ja nichts Verbotenes. Hass ist ja eine Emotion wie jede andere. Und Desinformation sind ja einfach Informationen, die falsch sind. Also dürfen jetzt all die Ukraine-Propagandisten, die uns monatelang erzählt haben, die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen, was militärisch absoluter Nonsens ist, dürfen die ihre Meinung jetzt noch frei sagen? Natürlich dürfen die ihre Meinung noch frei sagen. Oder die sagen, Putin will nicht verhandeln. Was eine Lüge ist, Russland ist immer bereit zur Verhandlung, hat es auch immer gesagt. Und es war auch eher bereit zu einem Friedensschluss als die Ukraine. Die Ukraine hat ja im Frühjahr 2022 am Druck des Westens einen Frieden abgelehnt. Also dürfen die jetzt das nicht mehr behaupten? Natürlich sollten die das weiterhin behaupten dürfen, auch wenn es falsch ist. Aber Desinformationen sind ja jetzt nichts Verbotenes. Also man darf natürlich auch falsche Informationen weitergeben. Wir haben ja kein Wahrheitsministerium, das bestimmt was wahr und was falsch ist. Und wenn wir so ein Wahrheitsministerium hätten, dann würde das natürlich nicht nach objektiven Kriterien vorgehen, sondern es würde die Interessen der Regierung vertreten. Und ja, jede von der Regierung abweichende Meinung als Desinformation zensieren. Also es gab ja in der Vergangenheit in einigen Staaten Wahrheitsministerien. Und die haben eben nicht nach objektiven Kriterien irgendeine Wahrheit durchgesetzt, sondern die haben halt das zensiert, was der Regierung nicht gefiel. Hingegen ist die Frage, wann liegt eigentlich Hassrede oder Desinformation? Nein, das ist überhaupt keine Frage. Also ich habe es Ihnen hier wirklich nicht falsch verstanden. Ich habe das schon richtig verstanden. Hassrede und Desinformation sollten nicht zensiert werden. Jeder sollte Hassrede und Desinformation verbreiten können. Solange, also Hassrede muss man jetzt natürlich sagen, was ist Hassrede? Wie gesagt, dafür gibt es keine klare Definition, aber das ist nicht illegal. Aufruf zu Straftaten ist illegal. Verleumdung ist illegal. Übung der Nachrede ist illegal. Beleidigung ist illegal. Ja, aber Hassrede, Desinformation, das sind keine Straftaten. Die sind nicht illegal, also sollten die natürlich auch verbreitet werden dürfen. Hassrede kann natürlich, bestimmte Formen der Hassrede können natürlich unter Beleidigung oder unter Volksverhetzung fallen. Dann wären sie illegal, aber zwar grundsätzlich, nur weil du etwas aus Hass heraus sagst, was dir auch niemand nachweisen kann, da Hass ja eben nur eine Emotion ist, ist so etwas eben nicht illegal. Wie gesagt, also Hassrede ist ja nicht mal klar definiert. Wesentlich schwerer zu beantworten. Hier mal ein kleines Beispiel. Die Twitter-Nutzerin Anna-Victoria Rose bekam gerade erst eine Zwölf-Stunden-Sperre ihres Accounts, da sie von einem anderen Nutzer gemeldet wurde und Twitter zum Ergebnis kam, Egal, was jetzt der Verstoß war, Twitter sollte so etwas nicht entscheiden. Das sollte der deutsche Staat entscheiden. Sowas sollte nicht vom großen Digitalkonzern entschieden werden. Auch wenn ich gerade sehe, dass das hier eine Workistin ist und Workisten besonders häufig andere Leute verleumden und besonders häufig Lügen über andere verbreiten. Aber wie gesagt, ich kenne den Verstoß noch nicht, den werden wir bestimmt gleich sehen. dass hier ein Verstoß gefunden wurde. Sie habe gegen die Regeln zu hassschürendem Verhalten verstoßen. Diese Regel ist völliger Bullshit. Also sowas sollte von einem vernünftigen Digit-Services-Act, der wirklich dazu gedacht wäre, die Meinungsfreiheit zu schützen, sollte so etwas verboten werden. Also ein Digitalkonzern sollte nicht entscheiden anhand seiner eigenen Nutzungsbedingungen, was man sagen darf und was nicht. Das ist absolut ungeheuerlich in einer freiheitlichen Demokratie. Oha, das ist nicht okay. Da muss die Plattform natürlich handeln. Aber was genau hat sie eigentlich verbrochen? Das habe ich sie gefragt. Ihre Antwort? Jemand mit zu viel Zeit hat sich durch über drei Jahre Content gewühlt und Postings mit Lösch-Dich gemeldet. Trotz Einspruch blieb Twitter mit der falschen Behauptung dabei, dass ich Aufruf zum Selbstmord begangen habe und hat mich gezwungen, sieben Tweets zu löschen. Bin nun zwölf Stunden gesperrt. Das ist ja unfassbar. Wie gesagt, Lösch-Dich sollte man, also Imp hat ja sogar ein Format, das heißt Lösch-Dich. Also da seht ihr genau deswegen, sollten große Digitalkonzerne eben nicht entscheiden, was gesagt werden darf und was nicht. Da kommen nämlich solche völlig unsinnigen Bands zustande. Moment, Lösch-Dich? Da war doch mal was. Ja, so hieß ein Format vom lieben Imp. Der Aufruf Lösch-Dich wurde dann sogar der Titel einer fragwürdigen. War auch toll, dass Sinan auch sofort daran zuerst denkt. Funk-Doku. Doch was ist mit diesem Satz jetzt eigentlich gemeint? Lösch-Dich. Ist das eine Empfehlung, die eigene Social-Media-Präsenz zu löschen, weil man vielleicht... Ja, dazu diente Ims Reier. ...ziemlich viel Quatsch verzapft hat? Oder ist es doch eine Aufforderung zum Selbstmord? Und damit natürlich ein brutales Hassverbrechen. Und bevor jetzt einige in die Diskussion... Natürlich ist es keine Aufforderung zum Selbstmord, sondern eine Aufforderung, seine Social-Media-Profile zu löschen, weil man so viel Quatsch verzapft hat, wie Sinan das gerade korrekt gesagt hat. ...einsteigen wollen. Stopp! Diese Frage zu klären, ist ehrlich gesagt total unwichtig. Die Erkenntnis, um die es hier geht, ist, wir können bei ganz vielen Dingen gar nicht genau sagen, was Hassrede genau sein soll. Eine allgemeingültige Definition zu finden, die wir dann auf alle anderen Fälle ebenfalls anwenden können, es scheint mir... Ja, vor allem, wie gesagt, Hass ist erstmal eine Emotion. Und wenn man irgendwas aus Hass sagt, also ich kann ja auch sagen, ich hasse Christian Lindner. Ist das jetzt Hassrede? Oder ich hasse die neoliberale Ideologie? Ist das jetzt Hassrede? Oder ich hasse Krieg? Ist das jetzt Hassrede? Wahrscheinlich ja. Ich meine, da kommt ja das Wort... Also der Satz fängt ja schon mit, ich hasse an. Aber das würde mir unter Hassrede fallen. Es wäre natürlich nicht verboten, so etwas zu sagen. Und ich würde all diese Statements auch vollkommen unterschreiben. Aber ja, daran zeigt sich doch schon, dass Hassrede erstmal nichts Schlimmes ist, sondern dass man illegale Inhalte, wie eben Verleumdung, wie Beleidigung, dass man die eben verbieten sollte und nicht legale Inhalte, die man dann irgendwie als Hassrede deklariert. Also dieser Hassrede ist schon völliger Schwachsinn. Ja, unmöglich. Was ist Hassrede? Der gut genährte... Ja, völlig egal. Völlig egal. Wie gesagt, Hassrede ist nicht verboten. Es gibt keinen Paragrafen im deutschen Gesetz, dass Hassrede ist verboten. Volksverletzung ist verboten, Verleumdung ist verboten, üble Nachrede ist verboten, Beleidigung ist verboten. Und Aufruf zu Straftaten natürlich. Aber Hassrede ist nicht verboten. Also Hassrede ist zumindest kein eigener Straftatbestand. Es kommt jetzt darauf an, was man aus Hass sagt. Wenn ich jetzt aus Hass sagen würde, tötet alle Ungläubigen, glaube, das wäre verboten. Wenn ich jetzt aus Hass sagen würde, wählt bitte nicht die FDP, glaube, das wäre nicht verboten. Um euch jetzt mal ein paar sehr plakative Beispiele zu geben. Einzel-Streamer Dekal-Dent hatte mal wieder einen leicht cholerischen Anfall und ließ sich zu folgenden Worten hinreißen. Deswegen habe ich dieses Video angemacht, weil ich mal gucken wollte, was Dekal-Dent Neues gemacht hat. Denn in letzter Zeit ist mir an Dekal-Dent aufgefallen, dass er weniger loste Takes von sich gegeben hat, als die anderthalb Jahre davor. Also Dekal-Dent ist ja wirklich monatlich dadurch aufgefallen, dass er irgendwas extrem Dummes gefordert hat. Also letzten Sommer hat er beispielsweise zum Wahlbetrug aufgerufen. Und seitdem ist er mir nicht mehr groß negativ aufgefallen. Also ich hatte mal immer wieder in seine Reaktionen eingeguckt und gekaut, Mensch, sagt er mal wieder irgendwas Dummes, dass man da mal ein Video zu machen kann oder darauf reagieren kann? War bisher nichts. Also jetzt scheint Sinan was gefunden zu haben. Widerliche ist halt, dass du jetzt solche reaktionären Klappspaten hast, die Videos machen wie Sinans Woche. Also wirklich, man, an der Stelle gute, ey, Gruß geht raus an Sinans Woche. Komm doch mal nach Irland, Rudi. Mach doch mal hier in Irland kurz Urlaub für so ein Wochenende. Und ich seh mir so, was bist denn du für ein widerlicher Hurensohn, Alter? Du dämlicher Schimmelkopf, ey. Und jetzt kannst du dich wieder in absolut allen anonymen Streams einscheißen und sagen, ich habe Angst vor Dekal-Dent. Ja, zu Recht, Alter. Zu Recht hast du Angst vor Dekal-Dent, weil du nämlich ein Clown bist, Alter. Ein reaktionärer... Was ist das Hassrede? Wieso pöbelt er jetzt Sinan an? Er weiß doch, dass Sinan da drauf reagieren wird. Bestenfalls nur auf Twitter. Vielleicht bei Cine macht Auge und schlimmstenfalls halt in seiner Schau, wo sich das da mehrere 10.000 Menschen ansehen. Wieso macht Dekal-Dent das? Er weiß doch, dass das strategisch absolut unklug ist. Rechter Clown bist du, Alter. Dämlicher Vogel, ey. Pseudo-intellektuelles Stück Müll. Wirklich. Bleib doch bei Elektrotechnik, du Vogel, ey. So ein Holzgesicht. Hm, tja. War das jetzt... Hat Sinan hier jetzt die sachlichen Argumente rausgeschnitten oder war das jetzt wirklich der Anfall von Dekal-Dent? Also für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sinan oder irgendwer, der Sinans Video gesehen hat, sich das hier anschaut, schreibt mal bitte in die Kommentare. Hat Dekal-Dent... Also hat Sinan hier wirklich die sachlichen Argumente rausgeschnitten oder hatte Dekal-Dent wirklich keine sachlichen Argumente, sondern hat dann nur so, wie er es denn häufiger macht, gegen Sinan gerantet? Hassrede oder sehen wir einfach nur ein psychologisches Problem? War das freie Meinung? Das war Hassrede. Nee, du hast Dekal-Dent pathologisiert. Du hast ihn pathologisiert, wenn du fragst, ob er ein psychisches Problem hat. Also das darf man auch nicht. Das ist übrigens auch Hassrede. Ich glaube, Sinan hat das nicht so richtig verstanden. Rockisten können keine Hassrede betreiben. Also außer vielleicht das eine Beispiel, was er vorhin gezeigt hat, aber jemand wie Shuyoko oder Dekal-Dent, die bringen ja am laufenden Band solche Aussagen. Wie gesagt, von Dekal-Dent waren mir in den letzten Monaten weniger solche Aussagen zu Ohren gekommen, aber er hat ja beispielsweise zum Wahlbetrug aufgerufen. Hat ja vorher schon mal so gegen Sinan, gegen Polytopia, gegen alle möglichen Leute gehetzt und Shuyoko auch. Shuyoko versucht ja andere Leute ganz offen von Fitch zu canceln und verbreitet Lügen über sie. Und diese Leute müssen natürlich keine Angst haben, wegen Hassrede gesperrt zu werden. Warum nicht? Weil die Walkies halt kulturelle Hegemonie hier haben. Weil sie halt bestimmen können, was gesagt wird und was nicht. Also jetzt natürlich nicht Dekal-Dent persönlich, aber seine ideologische Gruppe, die bekommt den Meinungskorridor. Die kann sagen, dieses Wort darf man sagen, dieses Wort darf man nicht mehr sagen. Das ist Hassrede, das ist keine Hassrede. Hassrede ist sozusagen ein Instrument der Regierung, um die Opposition zu unterdrücken, wenn man es denn so ausdrücken will. Deswegen war das, was Dekal-Dent gemacht hat, hier natürlich keine Hassrede, weil Dekal-Dent es im Sinne der Herrschenden macht. Sinan kritisiert die herrschende woke-Ideologie, deswegen ist jede Kritik von Sinan, egal wie berechtigt sie sein, mag natürlich Hassrede. Also jetzt, so wird es dann angewendet werden, wenn es im Zweifelsfall darauf ankommt und die Frage gestellt wird, muss Sinans Video jetzt gelöscht werden oder muss Dekal-Dent-Stream gelöscht werden, weil da Hassrede drin vorkommt. Also das sollte uns immer klar sein, solche Begriffe wie Hassrede, ich hatte es vorhin schon dreimal gesagt, bestimmt schon, die sind nicht juristisch definiert. Also, das sind politische Begriffe, die werden missbraucht, um kritische Inhalte zu sperren, aber Inhalte, die auf Linie sind, die fallen da niemals drunter, egal wie viele Beleidigungen, egal wie viele Verleumdungen, wie viele Angriffe da drin sind. Aber wer sind diese Entscheider überhaupt? Naja, eine Mischung aus Mitarbeitern und KI-Tools, die dann wahlweise... Die Kapitalinteressen der Eigentümer. Also wenn die Eigentümer von Twitter sagen, das wollen wir hier nicht haben, also die Eigentümer ist gut bei Twitter, wenn Elon Musk sagt, das will ich nicht, dann wird das tendenziell auch nicht passieren. Wenn bei Alphabet die Aktionäre sagen, bestimmte Sachen wollen wir nicht, dann werden die auf den Plattformen von Alphabet nicht mehr auftauchen. Also das ist jetzt nicht natürlich bei jeder einzelnen Entscheidung so, dass das den Aktionären vorgelegt wird. Aber das sind letztlich die, die die Kontrolle über ein Unternehmen haben. Die, die das Kapital besitzen, bestimmen, wo es lang geht. Und die Mitarbeiter, die sind ja nur ausführende Organe. Wenn die Mitarbeiter nicht so handeln, wie die Aktionäre das wollen, dann sind die ganz schnell weg. Das gilt bis hoch zum CEO. Zum Ergebnis kommen, hm, ne, lösch dich, das geht zu weit, aber Hurensohn, das ist schon in Ordnung. Wer jetzt glaubt, daraus eine Regel ableiten zu können, liegt komplett falsch. Beim nächsten Fall... Natürlich keine Regel. Ich habe es gerade erklärt, Hassrede ist ein Begriff, der missbraucht wird von der Regierung, um Oppositionelle canceln zu können. Oder von der herrschenden Gruppe. Ich meine, die Walkies, die sind ja aktuell mit dem Großkapital, mit der Regierung verbündet. Die können aktuell bestimmen, wo sich der Meinungskorridor ungefähr befindet. ...könnte die Beurteilung genau andersherum ausfallen. Wir merken schnell, hier entstehen natürlich zwei Gefahren. Erstens Willkür. Niemand weiß eigentlich mehr so richtig, was jetzt genau gesagt werden darf und was nicht. Und zweitens bekommt eine Social Media Plattform dadurch natürlich sehr stark die Möglichkeit der Manipulation. Wenn sie selbst entscheiden dürfen, was Hassrede ist, oder eigentlich noch brisanter, was Desinformationen sind, dann können Beiträge und Kommentare nicht nur willkürlich, sondern ganz gezielt gelöscht und zensiert werden. Wie ich anfangs schon sagte, ist es ja auch schon etwas merkwürdig, wieso Desinformation und Hassrede so häufig in einem Satz genannt werden. Wieso sollte Desinformation etwas mit Hass zu tun haben? Also natürlich kann das sein, gerade wenn wir... Desinformationen sind allgemein nicht verboten. Desinformationen sind einfach Informationen, die nicht stimmen. Wenn ich jetzt aus Versehen sah, also wenn ich jetzt irgendeine volkswirtschaftliche Kennzahl verwechseln würde, also keine Ahnung, wenn ich jetzt sagen würde, die Reallöhne sind im Jahr 2022 um 3% in Deutschland gestiegen, dann wären das gerade, was ich gerade gesagt habe, dann wären das Desinformationen. Weil das falsch ist. Die Reallöhne sind 2022 um 4% gesunken. Kommt jetzt natürlich darauf an, welches Inflationsmaß sich nimmt, wie man die nominalen Lohnsteigerungen berechnet, bekommt man immer zu leicht anderen Zahlen. Aber wie gesagt, 3% Steigerung, egal welches Maß man dann nimmt, das wären Desinformationen. Aber trotzdem sollte so eine Äußerung meiner Meinung nach nicht verboten werden, sondern im freien Diskurs widerlegt werden. Denn dann könnte, wenn ich sowas behaupten würde, jeder andere ankommt, Moment mal, die Zahl stimmt doch überhaupt nicht. Hier sind die ersten Zahlen. Und dann könnte man das klären. Aber einfach zu sagen, Desinformationen sollten verboten werden, das ist brandgefährlich, dann brauchen wir ein Wahrheitsministerium, um sowas zu klären. Hassrede und Desinformationen haben sowieso nichts miteinander zu tun. Das sind beides politisch sehr stark aufgeladene Begriffe. Und wenn man sie im Sinne des Wortes verstünde, dann wären sie an sich sowieso nicht besonders schlimm. Also Desinformationen, wie gesagt, da muss man halt im freien Diskurs klären, welche Informationen sind richtig, welche falsch. Also, es gibt zwar eine objektive Wahrheit, aber keiner ist im Besitz von dieser, sondern wir können uns ihr nur annähern. Und ja, Hassrede, wie gesagt, was ist Hassrede? Das kann man sowieso nicht definieren. Und es ist an sich sowieso nicht schlimm. Das hatte ich ja vorhin alles schon erklärt. An rassistische Vorurteile denken, dann geht die Desinformation. Es gäbe bei Menschen so etwas wie Rassen sehr häufig auch mit einer Hassbotschaft einher. Sei gegrüßt, Jungmoralaposte, du bist ja in letzter Zeit relativ häufig da. Aber zwischen Desinformationen und Hassrede besteht ja kein zwingender Zusammenhang. Die Aussage, Bonn ist die Hauptstadt Deutschlands, ist aus heutiger Sicht zwar falsch. Ja, Sinan macht jetzt das mit Desinformationen auch gerade auf, was ich schon ein paar Mal erklärt habe. Korrekte männliche Sau schreibt gerade, Desinformationen erkennt man daran, alles was ARD und ZDF berichtet, gleich Desinformationen. Exakt so wird es in der Realität angewendet werden. Alles, was die Regierung als falsch ansieht, beziehungsweise nicht in ihrem Interesse ansieht, wird man als Desinformationen. deklarieren. So wird das, ja genau, alle alternativen Medien werden genauso bekämpft, dass man einfach sagt, die berichten Desinformationen oder die berichten russische Propaganda oder was weiß ich für ein Unsinn. Einfach, weil sie eine andere Sicht als die Regierung haben. Also Desinformationen, Hassrede, das sind ja, Begriffe, die die Herrschenden nutzen, um die Opposition zu unterdrücken. Heißt aber noch lange nicht, dass ich Berlin hasse. Aber wie sieht es zum Beispiel mit dem Satz aus, es gibt nur zwei biologische Geschlechter. Das ist Hassrede und eindeutig Desinformation, denn die Grünen meinen ja, dass es unendlich viele biologische Geschlechter gibt. Oh oh. Was liegt jetzt vor? Eine Meinungsäußerung? Ein biologischer Fakt? Desinformation? Oder sogar Hassrede? Ja, C und D. Also wie gesagt, wenn man etwas sagt, was die Regierung anders sieht, dann immer Hassrede und Desinformation. Biologische Fakten gibt es nicht mehr, es gibt nur noch das, was die Regierung postuliert. Was? Ihr fragt euch, wie kann denn so eine Aussage Hass sein? Tja, äh, Buzzfeed titelt... Cine hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich meine, er wurde ja von der Dekalentbubble genau deswegen schon mal übelst angefeindet. ...letztes Jahr nur zwei biologische Geschlechter. Warum Marie-Luise Vollbrechts Vortrag Hass in unserer Gesellschaft befeuert? Wow! Ein völlig unspektakulärer Satz befeuert plötzlich Hass. Im Artikel heißt es weiter, Vollbrechts Meinung, die Komplexität biologischer Geschlechtlichkeit ließe sich auf eine simple Binarität von männlich und weiblich reduzieren, ist natürlich eine legitime Meinung, der viele Menschen wohl auch intuitiv zustimmen würden. Doch es stellt sich die Frage, welche Botschaft soll diese Meinung transportieren? Äh? Und jetzt stoßen wir langsam auf ein wirklich großes Problem. Wenn nicht mehr das zählt, was tatsächlich gesagt wurde, sondern das, was die Person damit gemeint haben könnte und wir darauf hin, dass zwar nicht Gesagte, aber doch... Vielleicht kennt ihr ja einen Streamer, der anderen Leuten unterstellt, dass sie, keine Ahnung, also, dass wenn sie von bestimmten Gruppen reden würden, dass sie dann eigentlich dieses oder jenes wären. Vielleicht kennt ihr hier einige Streamer auf Twitch, die genauso vorgehen. Ihr könnt ja mal einige Namen in den Chat schreiben. Auch offensichtlich Gemeinte als Hassrede definieren. Ja, ja dann, gute Nacht, liebe Leute. Dann können wir... Das wäre schon... Ja, daranoid. Weizenkommé, du hast absolut recht. ...irgendwann einfach alles, je nach Belieben, in Hassrede umlabeln und unerwünschte Äußerungen aus dem digitalen Diskurs verbannen. Jetzt mag man vielleicht sagen, dass dies natürlich schon eine sehr dystopische Aussicht ist. Natürlich wohlwollend interpretiert. Versucht man mit diesem neuen Gesetz der Flut an Desinformation und Hassrede etwas entgegen? Bullshit, man versucht zu zensieren. Also, man sollte da nichts wohl interpretieren. Die Leute, die gerade an der Regierung sind, sind keine Freunde unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnungen. So ist meine feste Überzeugung und solche Gesetze, die gehen genau in die Richtung. Hassrede und Desinformation sind nichts Verbotenes und wer sie verbieten will, der betreibt Zensur. Also, wie gesagt, Sinan hat doch selber die Probleme hier aufgedeckt. Und wie man da noch sagen kann, wohlgemeint interpretiert, ja, nichts wohlgemeint interpretiert. Du hast gerade selber erklärt, wieso dieses Konzept Bullshit ist. Da brauchst du jetzt nichts mehr wohlmeinend zu interpretieren. Sag doch einfach, was Sache ist. ...gegenzusetzen. Allerdings gehört das zum skeptischen Denken natürlich auch dazu, mögliche Szenarien und vor allem natürlich auch Worst-Case-Szenarien zu zeichnen. In aller Regel treten diese Worst-Case-Szenarien nicht ein, weil das Warnen davor natürlich bereits einen Effekt bewirkt. Wir erinnern uns an die Epidemiologen, die regelmäßig mögliche Horror-Szenarien während der Corona-Pandemie aufzeigten, welche dann so natürlich nie eingetreten sind, weil die Warnungen davor schon zu Maßnahmen führten beziehungsweise manchmal sogar einfach nur minimal schon das Verhalten der Menschen veränderte. All das ist auch als Präventionsparadoxon bekannt. Ich denke nicht, dass das DSA sofort George Orwell 1984 inklusive Nein, so schlimm wird es natürlich nicht, aber es wird dazu führen, dass es noch mehr Zensur gibt als ohnehin. Schon aktuell entscheiden große Digitalkonzerne, was gesagt werden kann und was nicht. Also wenn Amazon und Alphabet morgen sagen, ich darf meine Meinung nicht mehr äußern, ja, dann sind meine YouTube- und Twitch-Kanäle weg. Das kann von heute auf morgen passieren, ohne dass ich dagegen, okay, ich könnte juristisch dagegen vorgehen. Und je nachdem, wie gut der deutsche Rechtsstaat dann funktioniert und wie viel Geld ich vor allem hätte, ich meine, du brauchst ja auch Geld, um so einen Gerichtsprozess durchzubringen, könnte ich dann dagegen vorgehen, aber ja, das ist halt langwierig. Also es ist ja jetzt schon ein Riesenproblem, dass Digitalkonzerne so eine Macht haben und wenn der Staat Digitalkonzerne jetzt dazu ermutigt oder dazu zwingt, mit mehr zu zensieren, dann wäre das absolut katastrophal. Also wir brauchen ein Gesetz, was für weniger Zensur sorgt, nicht eins, was für mehr Zensur sorgt. inklusive Gedankenverbrechen einführen wird. Dennoch empfehle ich hier durchaus skeptisch zu sein und die Umsetzung auf den Social Media Plattformen zu beobachten. Welche Inhalte werden mit welchen Begründungen gelöscht oder zensiert? Das heißt, zu beobachten, wir sehen es doch jetzt schon. Alles, was kritisch gegenüber der Regierung ist, steht unter der Gefahr, zensiert oder ge-shadow-bannt zumindest zu werden. Also das sehen wir doch jetzt schon. Schon heute ist es so, dass die Regeln zum Beispiel für die Monetarisierung von Inhalten komplett willkürlich erscheinen. Mein mit Abstand Erfolg ist das Video aller Zeiten. Die entsprechen den Profitinteressen der Konzerne, die hier eben monetarisieren, also der Werbetreibenden vor allem. Also nicht mal der von YouTube, sondern der Werbeindustrie, also den Konzernen, die hier Werbung machen wollen. Die haben sich nämlich bei YouTube beschwert und die haben gesagt, so bestimmte Inhalte, die mögen wir nicht. Da stehen wir politisch nicht ganz dahinter und wenn jemand die Woke Anja Reschke kritisiert, dann sollte das besser nicht monetarisiert werden. Ist leider so. Und das kann YouTube jederzeit konzwillkürlich verschärfen oder das heißt willkürlich entsprechend den Interessen, die dahinter stehen. Also das ist ein Problem. In unserem System da bestimmt eben der, der das Geld hat, welche Meinung publiziert werden darf. Vor allem welche Meinung auch finanziell unterstützt wird. Vor zwei Wochen über Fritz Meinecke wurde von YouTube von der Monetarisierung ausgeschlossen. Nach einer menschlichen Überprüfung bekam ich folgendes Feedback. Zum einen habe ich angeblich unangemessene Sprache, Obszönitäten im Titel, Thumbnail oder im Inhalt verwendet. Und zum anderen würde mein Video folgendes beinhalten. Erwachsenen Inhalte, sexuelles Verhalten, Sprache oder Ausdrücke einschließlich sowohl realer als auch computergenerierter Visualisierungen. klingt fast so, als hätte Sinan sich da vor der Kamera einen runtergeholt. Also, so klingt dieser Vorwurf, den YouTube hier an ihm macht. Ja, Sinan hat selber gesagt, das ist komplett willkürlich. Oder nicht willkürlich, wie gesagt, da steckt natürlich was hinter. Da steckt der Algorithmus hinter und der, der diesen Algorithmus programmiert hat, der hat bestimmte Interessen. Und hier, YouTube hat den Algorithmus programmiert und die Werbeindustrie, die den Content bezahlt, bei dem der Algorithmus dann letztlich richtet, und die hat eben bestimmte Interessen und die entscheidet letztendlich darüber, was beworben werden darf und was nicht. Äh, ich, ich, nee, nee, YouTube, nee, einfach nee. Wie man zu dieser Bewertung kommt, ich hab keine Ahnung. Aber was will man machen? Heute und in Zukunft wird es immer häufiger heißen, ob etwas legal oder illegal ist, ob etwas Hassrede, Fake News oder Desinformation ist, das entscheidet der Tech-Konzern deines Vertrauens. Was soll schon schief gehen? Tech-Konzern deines Vertrauens. Was soll schief gehen? Hier, Insta und Facebook, das ist ein Konzern, der hätte das hin dann gar nicht extra auffüllen müssen. YouTube ist Alphabet, Twitter, X ist Elon Musk, Telegram, oh, das ist so ein russischer Billardär, der dahinter steht. Aber Telegram zensiert tatsächlich relativ wenig. Und TikTok, oh, TikTok zensiert extrem. Also hier sieht man auch, dass nicht, also TikTok gehört ja zu einem großen chinesischen Konzern, hier sieht man übrigens auch, dass nicht westliche Konzerne da keineswegs besser sind. Also bei TikTok und TikTok wird alles und zwar völlig willkürlich gelöscht. Ich glaube, die haben schlicht und ergreifend keine Lust, Geld in Leute zu stecken, die manuell gucken, ob irgendein Content illegal oder legal ist, sondern die haben irgendeinen sehr, sehr schlecht programmierten Algorithmus, der automatisiert Leute wegband oder Schilderband. Also TikTok, also da steckt halt wirklich gar keine Logik hinter. Also TikTok wirklich Kosten sparen zu wollen und zensieren deswegen tatsächlich ein bisschen willkürlich. Was soll schon schief gehen? Sinans Woche Real Talk Im Oktober sorgte ein Vorfall mit dem AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla für Aufsehen. Nach einem Wahlkampf auf... Äh, AfD brauchen wir jetzt nicht mehr sehen. Es ging ja um dieses Hauptthema, um Dekalden. Dekalden? Schade. Ich dachte, es ginge mehr um Dekalden, aber Dekalden hat jetzt nur Sinan beleidigt. Das ist, ja, leider... Wie gesagt, ich hätte gerne gesehen, ob Dekalden noch ein paar inhaltliche Argumente gehabt hatte, aber der Digital Services Act ist natürlich ein wichtigeres Thema als Dekalden. Ich glaube, da habe ich mich selber jetzt etwas, ja, vom Thumbnail täuschen lassen, aber wie gesagt, ist gut, dass Sinan hier den Digital Services Act kritisch beleuchtet. ist gut, dass er kritische Fragen stellt. Wie gesagt, ich würde davon ausgehen, dass denn zu noch mehr Zensur gehören wird, als wir es gerade ohnehin schon erleben und dass auf jeden Fall Newtrip Deutschland ja, im Diskurs im deutschsprachigen Internet noch weiteren Schaden zufügen wird. Also wir sehen ja schon, wie die Regierung systematisch versucht, den Meinungskorridor immer weiter einzuschränken. da wird von der EU-Kommission jetzt definitiv nichts Besseres kommen.